Jonas, was ist eigentlich Bitcoin? Das ist eine verdammt gute Frage und ich glaube, jeder hat eine andere Antwort darauf. Und ich gebe dir jetzt mal meine Antwort darauf. Und für mich ist es das beste Geld, das wir jemals in unserer Menschheitsgeschichte gesehen haben. Und ich würde sagen, das sind drei Gründe. Der erste Punkt ist eben, dass Bitcoin das erste Mal etwas Begrenztes ist auf 21 Millionen, das auch wirklich einen Wert hat, also relativ begrenzt ist, weil es gibt viele begrenzte Dinge, die aber wahrscheinlich wertlos sind. Und dadurch kannst du eben wieder in Bitcoin sparen. Das, was wir eben nicht mehr können, weil alle anderen Währungen, Geldformen, Euro, Dollar, inflationieren eben, das heißt, sie verlieren an Kaufkraft. Bei einer begrenzten Menge hast du eben einen großen Vorteil, du kannst da rein sparen. Und der zweite Punkt, der dann für mich dazu zählt, ist eben, dass Bitcoin niemand kontrolliert. Das heißt also, niemand kontrolliert die Geldmenge und es kann auch niemand zensieren. Das heißt, jeder Mensch auf dieser Welt mit einem Smartphone, mit einem inneren Zugang, kann Bitcoin nutzen. Und das macht wiederum, hat einige Vorteile eben gerade für Personen, die eben ausgeschlossen sind von einem Geldsystem. Das sind wir in Westeuropa die meisten nicht, aber der größte Teil unserer, der Menschen auf der Erde haben eben das Problem, dass sie keine Werte speichern können. Und das geht eben mit Bitcoin, weil dir eben diesen Bitcoin niemand wegnehmen kann. Und der dritte Punkt ist für mich dann noch, dass Bitcoin eben eine Art, dadurch es digital ist, die beste Version ist oder die beste Variante ist, Werte auch zu transferieren und auch global das Ganze, weil das auch Ganze ohne Drittpartei funktioniert. Also ich schicke dir direkt einen Bitcoin und das ist egal, ob ich das nach Wien schicke oder nach Tokio. Und das geht in Sekundenschnelle mit nahezu keinen Gebühren und es kann niemand aufhalten. Und diese Transaktion, wenn ich es über die Blockchain mache, über die eine klassische On-Chain-Transaktion mache, ist das Ganze final. Und diese drei Punkte, die zusammenhängen, da gehört natürlich viel mehr dazu. Aber aus diesen drei Punkten, finde ich, kann man eigentlich fast alle Anwendungsmöglichkeiten Bitcoins ableiten. Und dadurch ergibt sich für mich Bitcoin als beste Geldform auf dieser Welt, die wir bisher gesehen haben. Und ich glaube, das werden noch viele Menschen hoffentlich bald merken.